Get ready with me, um Hochzeitskleider anzuprobieren! Und ich habe Paula mit dabei! Wenn ihr wüsstet, wie aufgeregt und nervös ich gerade bin, das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich Hochzeitskleider anziehen werde und mich richtig in einem Hochzeitskleid sehen werde. Dafür muss ich jetzt erstmal mein Make-up machen und es soll schon so ein bisschen brautinspiriert sein. Aber es soll auf jeden Fall auch nicht zu viel werden. Übrigens werde ich nicht alleine hingehen, drei Freundinnen werden mitkommen und eine davon ist Pauli. Ihr könnt euch mal raten, wer noch mitkommen wird. Ich weiß eigentlich schon ganz genau, wie mein Hochzeitskleid aussehen wird, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es in letzter Sekunde irgendwie switchen wird. Ich mache jetzt noch so ein bisschen Lidschatten, Mascara, Lippen und Haare. Ich bin jetzt angezogen und ich würde sagen, ab ins Brautstudio. Und wenn ihr alle Kleider sehen wollt, die ich anprobiert habe, dann schaut jetzt in meine Story, da habe ich euch alle Brautkleider gepostet und sie sind so schön.